Ach, das Ausgehen, ich glaub, wir, das, ähm, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, wir haben nichts Pflanzbares hier, ne? Wir haben nur, ähm, Kaninchen. Ja. Warte mal, jetzt hab ich jetzt hier mal ein Problem. Ich will das jetzt nochmal probieren. Oh ja, das funktioniert. Was denn? Kanickel, die stehen auf mich, du. Guck dir das eine an. Guck mal hier, guck mal hier, Hilfe. Die laufen jetzt hinterher. Ja, voll geil. Wo ist unser Haus? Ah, da oben. Schnell, schnell, bauen Käfig, schnell. Kommt mit, Jungs. Ja, ihr müsst auch klettern können. Was ein Bäcker nicht ist, muss auch klettern können, komm. Schnell, Käfig. Okay. In das Haus, irgendwie. Haben wir hier noch Erde? Ja, ich planier das mal ganz kurz. Also Jungs, jetzt habt ihr euch hier aber echt doof hingestellt. Das muss ich euch mal hier nebenan bitten. Guck mal hier mit. Okay, wie machen wir den Giebel? Den machen wir auch aus Stein dann. Oh nein, nicht runter. Nein, nicht. Bitte. Oh, das war verkehrt. Mauer die jetzt ein so lange. Okay. Weil sonst... Ach, Moment, Stein. Ach, habe ich ja da. Ja, aber nicht viel. Stein habe ich ganz viel jetzt. Ja, ich brauche doch noch ein bisschen Stein. Ja, ja. Nicht weg. Wo, ach da. Ich gehe nicht weg. Nein, nicht weg. Kaninchen, bleib hier. Giebe doch mal ein bisschen Stein. Bleib hier, Kaninchen. Komm mit, komm mit, komm mit. Wo ist das andere? Ah, okay. Das ist noch hier. Ich habe es gerade wieder reingeschubst. Kaninchen, komm her. Hier ist das lecker Zeug. Komm mal her. Ja, gib mir doch mal ein lecker Stein. Äh, ja. Äh, Sekunde. Hier hast du ein Steak. Jetzt ist mir ein Kaninchen schon wieder ausgewischt. Das ist da vorne. Ja, ja. Irgendwie klappt das. Ah, jetzt klappt das. Okay. Äh, jetzt ticken sie wieder durch hier. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. So, ich will das mal von innen. Ja. Oh, jetzt bauer ich. Bringt das jetzt zu viel. Bauer ich jetzt hier zu. Egal, ich muss da hoch. So. Also, Stein. Ah, Moment. So. So, da kommen die garantiert nicht raus. Hast du sie jetzt eingesperrt? Ich hab sie jetzt hingemauert. Ja, was, was, ich brauche ja einen Stall. Also. So, das sieht schon mal gut aus hier hinten. Mit dem Giebel. Hier kriegt ihr auch ein, eine Moorrübe. Äh, ein, ein, ein Löwenzahn. Könnt euch darin prügeln. Mehr ist gerade nicht da. Echt? Ähm, okay. Wir brauchen natürlich dann. Okay, das sieht schon mal gut aus hier. Es wird schon wieder dunkel. Was ist denn das hier für eine komische Erdgeschichte hier? So geht das ja nicht. Was machst du jetzt um meine Treppe weg? Ach, das war eine Treppe? Ich weiß noch nicht, was du da gerade... Ach so, ja. Ja, ist in Ordnung. Mach mal. Ich versuche gerade ein bisschen hier anzubauen. Oh, wir haben, ähm, wir könnten theoretisch jetzt, äh, Getreide anbauen. So, wie wir das denn wollten. Es wird schon wieder dunkel. Ja, aber bis wir damit ein ordentliches Feld haben, das dauert ja ewig. Ja, ja, das bringt nichts hier. Ähm, okay. Ähm, ähm, äh, dütte, dütte, Werkbank. Ich brauche mal ein paar Stickis. Wie wird, wie wird nochmal Zaun gemacht hier? Äh, Zaun machst du hier in der Mitte, zwei senkrechte Stöckchen und, äh, flankiert von, äh, Brettern. Ach so, in der Mitte, die hast du, siehst du, das ist hier nicht wieder komplett anders. Und wenn du das inverse machst, dann hast du einen Gatter. Tatsache. Ja, ja, einen, einen, einen Gatter brauchen wir ja auch. Jetzt wird es aber schon wieder so dunkel. Ach, lass uns mal ins Bett gehen. Das ist hier zu dunkel zum Bauen. Ach, du bist schon neben mir, okay. Ja, ja, ich bin schon hier. Und tschüss. Ich war ja, ich war ja am Dach bauen. So, ich habe hier noch, ah, das kann ich jetzt nicht sehen, aber ich habe hier noch freien Himmel über mir. Äh, so ziemlich jedenfalls, ja. So, ich muss noch ganz kurz, eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Hm, okay. Wo mag Thylsoft hingehen? Ich weiß es nicht. So, wo mache ich jetzt hier von... Hm, hier. Moment mal, habe ich... Ah, ich muss ja nach Holz wieder gucken. Ich brauche wieder Setzlinge. Aber hier sind ja welche, sehr schön. Die sind noch erhalten. Ja, dann setze ich die doch gleich mal wieder hin. So, da, da. Oh, das war nicht so gut. Da hin. Ähm, das ist mal weg hier. So, und noch einer da vorne hin. Oh, da ist ja noch einer. Dann noch zwei hin. So. So, da bin ich wieder. Ähm, wo war ich denn? Wo bist du denn gewesen? Ich war nur ganz kurz eben schnell, mir noch mal einen Kaffee nachschütteln. Okay. Kaffee muss rein. So, das muss wohl dann reichen. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Jetzt brauche ich noch einen Gatter. Gatter war außen die Stickies und in die Blöcke. Okay, okay, habe ich's. Ja, genau. Und da werden wir natürlich... So. Nicht Erde setzen, sondern da werden wir natürlich richtig schön Löwenzahn pflanzen. Ja, aber wie willst du den vermehren? Das geht ja nicht. Außer mit Knochenmehl dann, dass du das zufällig kriegst. Ja, vermehren kann ich den... Kann ich den nicht. Nee, vermehren kann ich den nicht. Aber die kriegen wenigstens eine schöne Aussicht hinter das Haus. Hier, das war's. Was war's? Ich habe kein... Ah, da habe ich noch ein bisschen Holz. Keine Stufen mehr. Keine Holzstufen. Stein brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Oh. Noch einen. Vor. Und... Da. Äh, dann... Okay, ein bisschen was habe ich noch. Muss das weg. Okay. Habe ich hier mal Löwenzahn? Ähm, wie ist das heutzutage bei der Version von Minecraft, ähm, mit Feld anbauen? Ähm, brauchen wir dann jetzt noch Wasserblöcke daneben oder nicht? Ja. Ach, ist ja doof. So, das Dach ist, äh, zu. So. Ach, du machst da hinten einen Garten hin. Ah, schön. Das wird das Kaninchengehege. Ich hoffe, dass die da reinkommen. Das werden wir dann sehen. Das wird ein bisschen tiftelig. Ja, wir kriegen die da schon rein. Ich brauche noch ein zweites Gatter wahrscheinlich. Nee, nee, ich brauche noch ein zweites Gatter. Durch das eine Tor kriege ich die nicht durch. Da verhaspeln die sich nur. Ähm. Und das ist jetzt. So. Das Fenster hier könnten wir größer machen. Ähm, ja, du hast ja noch Glas da, ne? In der... Links, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Ich habe kein Glas gemacht. Im Ofen müsst ihr noch. Oder im... Nee, in der Kiste. Hier, ja. Hast du da Blöcke reingesetzt? Nee, Scheiben. Mhm. Ja, ich finde die schöner. Also Blöcke sind, glaube ich, nur besser, wenn du, ähm, jetzt größere Flächen nimmst. Dann siehst du, glaube ich, diese Kanten nicht so doll. Ja. Hast du noch Treppen übrig, eventuell? Äh, aus was? Eigentlich, eigentlich ist es egal, aus was. Ich schmeiße dir alles, was ich übrig habe, da rein. Das Dach ist ja fertig. Holz und... Ja, es sind noch vier Stück da. Steintreppen sind noch ein paar mehr vorhanden. Steintreppen, ja, das ist egal. Hauptsache irgendwas... Äh, äh, Hilfe. Ja, ja, das reicht mir vollkommen. Dann gehe ich mal wieder ein bisschen Kies abbauen. Ja, eigentlich, der eigentliche Zweck, ne? Wo wir hier sind. Ja, das ist bei Minecraft, du kommst vom Hundertsten ins Tausendste immer. Das ist einfach das, ja. Ja, die Sache ist eben, ich brauche Kies. Ich habe ja noch ein bisschen was zu Hause, aber die Wege im Kulturgarten, die brauchen ordentlich Kies. Und in Oberkleinwieselberg will ich ja auch noch Kieswege hinlegen. Und irgendwo sonst auch nochmal. Ja. Also da brauche ich schon einiges an Kies. Ach, wo wir gerade bei Kies sind, nehme ich den hier auch mal mit. So, der ist auch weg. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, erfolgreich unsere Kaninchen in die Kaninchenzuchtanlage zu bringen. Aha, okay. Wo seid ihr denn? Vielleicht können wir von den Kaninchen dann leben. Ja, das war jetzt nicht unbedingt der Sinn, aber zur Not vielleicht. Ähm, wäre uns eine Treppe. Weg hier. Was ist das hier? Ach nee, das geht zurück. Okay. Dann geht's dir mal wieder in den See. In den See. Hm, oh, haha. Temperaturmäßig. Das ist auch noch. Ja, das wird noch dauern. Wir sind sehr weit zurück hier mit dem Klima. Hm. Ja, was heißt normal eigentlich? Wir sind, das ist normal kalt. Sagen wir mal so. Ähm. Hallo Kaninchen. Ich habe zwei schöne. Oh, die stehen ja gleich wieder auf mich hier. Guck mal mit, Jungs. Hier rein, hier rein, hier rein. Jawoll. Oh, ich glaube, wir müssen das zwei... Oh, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich brauche noch mehr Zaun. Ich glaube, die sind gut im Springen. Ja, aber sie können einen einfachen Zaun nicht überspringen. Ganz sicher? Da bin ich mir sicher, ja. Aber, ja. Ich weiß nicht, was mich da so sicher sein lässt. Man weiß es nicht, ne? Ähm. 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 Mal das. Möchten. Oh, da geht's nach unten. Okay. Aber nicht allzu weit. So. Und jetzt geht's hier an die Haupttierfütterung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Eins. Zwei. Und? Oh, wir haben ein Babykaninchen in schwarz. Ist das geil. Ja, toll. Ist das cool. Unsere Farm funktioniert. So, jetzt kann ich mich auch mal wieder dem Ernst der Lage hier widmen. Ja, ich muss mir das Kaninchen mal anschauen. Man kommt hier schlecht aufs, zum Haus, also das, zum Haus hoch. Ja, da müssen wir nochmal mit Treppen ein bisschen nacharbeiten, ne? Ach, hier ist es ja. Sehr schön. Ja, dann machen wir das doch mal. Da vorne ist Kies. Denn dann baue ich den mal ab hier. Dass das mal weg ist und dann kann man da mit Erde ordentlich was hinlegen. Ja, oder ich hab hier noch Steintreppen. Da können wir wirklich eine richtig, ähm... Na, ja. Du machst den ganzen Kies jetzt hier weg. Ja. Du machst jetzt hier... Ja, wir sind nur hier, um Kies abzubauen. Du machst das... Ja, ja, aber du gräbst gerade unser Fundament an, ein wenig. Ja, das kann man wieder mit Erde ausfüllen. So, da ist noch Kies. Der kommt noch weg. Okay. Oh, ich sollte mal wieder was essen. Ja, ich hab schon wieder einiges an Kies gesammelt. Hast du mich jetzt eingebaut? Ja. Nee, ich brauch's nicht. Echt. Unschuldig. Ach, ist ja lustig. Die Treppen, die, ähm, die schmiegen sich jetzt quasi an Eckblöcke an. Ist ja lustig. Ja, das ist ja schon länger. Also ich kenn das gar nicht anders. Ja, ich kenn das nur, wenn daneben auch eine Treppe ist. Aber nicht, wenn da ein Eckblok ist. Das ist ja... Wurscht. So, ja doch, das kenn ich schon. Hab ich auch schon öfter angerannt. Oh, du hast da jetzt unter uns ein riesen Loch gemacht, ne? Ja, das muss man eben wieder zumachen. Ja. Ja, ja, der nicht verkehrt, weil ich bin hier nicht grad hier am runterbauen. Ähm. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, dann bau das eben hohl, das macht ja nix. Ach ja, hier, machst du eine Treppe. Ja, okay. Ich dachte, so eine Dreier. Na, ich schaufle den Kies hier noch weg. Oh, deswegen. Also jetzt, um nochmal auf den See zurückzukommen, hast du denn vorher auch dieses Jahr wieder in den See zu gehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ähm, da wird einiges, ähm, weil ich jetzt, ja, letztes Jahr habe ich die Stellen sehr intensiv jetzt kennengelernt und weiß jetzt, was ich wo sehen kann und finden kann. Mhm. Und, ähm, dadurch kann ich da jetzt ein bisschen vorbereiteter auch mit Aufnahmen rangehen. Und ein bekannter von mir baut gerade an einem kleinen Aero V mit Kamera und, äh, Belicht und, und Beleuchtung. Und, ähm, wenn das klappt, in diesem Sommer hoffentlich noch, dann können wir also wirklich auf 100 Meter tief gehen. Und der See hat, ich glaub, an der tiefsten Stelle 64 Meter. Mhm. Oder 65. Und, äh, ich glaub, da hat noch nie einer mit der Kamera hingeguckt. Ah ja, okay, aber sieht man da auch was dann? Ja, wenn du, da sind ziemlich starke LEDs drauf. Also, das ist eben top. Nee, ich meine, äh, hast du da, hast du da Motive dann da? Ja, sicher nicht. Mhm. Das kommt natürlich auf den Grund, du weißt ja nicht, was einen da erwartet. Das kann ein meterdick weicher Schlamm sein, wo du so durchschwimmst, quasi, mit dem Ding. Es kann aber auch sein, dass du festen Grund hast und dass du irgendwelche Viecher siehst, also, ähm, große Fische, was auch immer. Nee, weiß man nicht. Also, hier große Felze und, 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 äh, Quappen und so, also die Süßwasserdorsche, die halten sich ja dann im Sommer ziemlich weit unten auch. Aha. Das ist dann glaube ich ganz interessant. Ja. Also, einfach nur mal gucken, was da so gibt. Und kommt da noch Tageslicht hin, so weit nach unten? Nee, 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 nee. Also, der, 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 also, wir haben hier eine Setschen-Tiefe vielleicht von, naja, es kommt auf die, es kommt auf das, auf die Bucht an, ähm, vielleicht fünf, sechs Meter, vielleicht mal zehn, zwölf Meter, wenn's hochkommt. Aha, okay, das ist nicht so viel. Nein, 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 die Sichtiefe ist nicht so doll hier. So, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ich würde gerne ins Bett gehen. Ja, die Treppe ist halbfertig. Du hast den Bärchen weggemacht, deswegen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, das ist, äh, selbst schuld. Ah ja, hier an der Seite kann ich hoch. Bin schon da. Joa, dann lege ich noch mal ein bisschen was ab hier. Da, die sind einen Zaun. Und das da. Zwei Stück Erde hab ich auch noch. Ach nee, das, das soll jetzt auch die Kieskiste werden hier. Welche? Wir haben doch nur eine, die da stehen. Ne, wir haben zwei Kisten. Echt? Ich hab mich noch recht drüber gemacht. So. Der Treppe. Ja, so soll das sein. Wir machen das was, so soll das hier kommen. Bis zum nächsten Mal.